Als Nachmetz wird der historische Zeitabschnitt nach der März-Revolution von 1848-1849 still bezeichnet. Gemünzt ist er nach der wesentlich bekannteren Bezeichnung vor Metz für die Jahre vor dieser Revolution. Eine genauere Abgrenzung des Zeitabschnitts gibt es nicht. Wenn darunter die Unterdrückung der liberalen und nationalen Bewegung nach 1848-1849 still zu verstehen ist, dann wäre 1858-1859 still ein möglicher Schnitt. Da damals die Unterdrückung abnahm, in Preußen kam ein neuer König an die Macht, langsam kam wieder Bewegung in die deutsche Frage. Die Periode endet wohl definitiv mit der Reichsgründung 1870-1871 still. Geschichtlicher und politischer Hintergrund Die Jahre seit 1815 oder seit 1830 bis zur März-Revolution heißen vor Metz eine Zeit von politischer und sozialer Unruhe. Die März-Revolution führte allerdings nicht zu einem einigen, konstitutionellen Deutschland. Politische Vereine wurden wieder verboten und die Meinungsfreiheit eingeschränkt, ähnlich wie in den 1830er Jahren. Diese eigentliche Reaktionssiehre endete gegen Ende der 1850er Jahre, als 1858 Wilhelm I. in Preußen die Herrschaft übernahm. 1859 starb Fürst Metternich, der zwar nicht mehr Österreichs Regierungschef war, aber wieder Berater der Regierung geworden war. Es bestand zwar noch keine Pressefreiheit, allerdings wurde von der Zensur nun weniger restriktiv Gebrauch gemacht.